Ja, wir stehen hier auf die großen Küsten da. Wie weit kommst du? Ja, wirklich gut. Das ist der Jens Zappel. Sagt Moin. Du musst dein Gesicht gucken. Guck mal da. Sagst du meinen Namen nicht mal richtig? Doch, Jens Zappel. So, fertig. Und Like da und Abonnieren. Und da bin ich. Hi. Wir stehen jetzt auf der Küste. Es sind überall Steine. Keine Ahnung, warum da kein Sand ist. Aber das ist ein Abenteuer. Und hier ist das ganze Mittenmeer. Schön geblitscht. Und hier ist das Schiff. Und so weiter. Und hier ist unser Hotel. Hier ist ein zweiterer. Und dann hier nebenan. Und da ist das Lorica Beach. Und das ist das St. George Beach. Jetzt hab ich gedacht, wow. So. Wir gehen mal ein bisschen näher. Und dann gehen wir kurz zurück. So. Ist das Eis? Was ist der da? Probier mal. Na, was ist das? Salz. Salzwasser. So ungefähr. Das ist Salzwasser. Ja. Ich glaube, hier ist irgendwie so eine Düne. Wenn man hier einen Sturmflut schützen kann. Außer Sand. Ich glaube, hier ist es irgendwie zum Schützen. Aber es ist irgendwie dieses Meeresgrund. Bei Zypern ist eine Insel. Eine pereienische Insel. Und hier ganz vorne da. Da sind die Ibirgen. Die größte Wüste. Die größte Wüste ist in 1951 Meter. Ja. Wow. Sieht ja ganz geil aus. Wie, äh. Das Tankbügel. Oder das Eisbesteinsbügel. Kannst du dich das Handy fallen lassen, ne? Ja, ich weiß nicht. Dann kriegst du es nicht mehr an. So zwei Minuten haben wir. Äh. Dann. Sieht hier das Ganze alles aus. Im Inder. Und. Dann könnt ihr auch mal auf diesen Stein neben klettern. Aber. Es ist ziemlich gefährlich. Ich glaube nur ab 10 Jahre. Von ungefähr. Oder auf 9. So rumklettern. Aber. Es hat auch mal richtig viele Schuhe. Ja. Schöne Wälde. Schöne Wälde. What the hell. Gezifft die Mitglieder. Der da will. Wenn du genauer hin siehst, dann siehst du da drinnen einen Tisch. Einen Tisch? Ja, wir müssen ganz nah ran gehen. Da gehen wir ganz nah hin. Weiß du? Was wär? Ein Förstboot. Hi. Vielleicht geht's irgendwann weiter. Heute ist jetzt der Fünfte. Und wir haben jetzt drei Uhr oder zwei Uhr. Da haben wir ein Fisch drin. Hier war ein Fisch drin. Da muss sie mal ein bisschen. Ja, ja. Aufpassen. Gleich geht's weiter auf diesen Ort.